Na komm Ich scroll nachher Space adventure You are only five Lightyear Away from your destination Home The fuel tank is full And the ship is flying at full speed Today's to-do list contains Waking up And touching the engine Yay Gott, ich hab dieses Spiel ein bisschen vermisst Oh, wie war das? Tipptipp Ah, da war der Dash Gott, dieses komische Mario Dings Was hab ich da am Ohr? Warum hab ich irgendwelche... Was ist das? Warum? Eine gute Frage Was ist hier drin? Oh Okay Und hier? Ja Ein Schrank Du trägst nur eine einfache Gibt es hier Platz für viele Leichen Ähm Ich will keine Leichen Was ist mit dem Ball? Ich hab nen Ball Wofür braucht man nochmal den Ball? Ich weiß gar nichts mehr Yay Okay Das war die Eitelcamp, ne? Ja Was hab ich an meinen Ohren? Warum hab ich so Dinger? Ich verstehe es nicht Egal Laufen wir einfach mal hier lang Wo ist die Roomba? Das was man definitiv immer machen sollte Komm her Nein, nein, nein Ich bin auf dir rumfahren Da Ich treffe ihn irgendwann Ha, da Gott, das ist das beste Feature Das ist das absolut beste Okay Gut, genug rumgespielt Was ist hier oben? Was ist das? Was ist das mit dir? 40 zu 40 Mach dir so nen Krach Benutze LT um dein Ziel zu finden Mein Ziel ist da Jo, what ist dein scheiß Problem? Könntest du das bitte nicht machen? Da draußen ist ein Vakuum Fuck this Yeah, Idiot Ich mach mal so ne Scheiß Jetzt muss ich ihn einfach grad wieder einsammeln Die Stadt der Mafias Gott, Mafia taunt so gut Na komm So, ich muss mal eben gucken Wie war da Core Plus Mods Vielleicht irgendwann mal Wo konntest du Eingabeeinstellungen Morsempfindlichkeit Ein bisschen weniger Controllerdefinition Wait, what? Hold Backmods Hold Backmods To cancel Diving Hold Backmods While performing a Jump Dive To cancel it Wait, du kannst den canceln? Ha! Ich wusste nicht, dass das geht Okay Und ich kümmern später Was mit dir? Gar nix? Gut Was mit euch? Nix? Gut Wo willst du hin? Oh mein Gott Gib mir Achso, dass Linger an der Wand die genauso aussehen Das ist natürlich die Erklärung warum wir doppelt springen können Was mit dir? Okay So löst man also Probleme Ähm Das ist Um dich kümmere ich mich später Was mit dir? Hast du mir ein Beinchen gestellt, du Arsch? Ich hab noch keine Waffe Ich kann dich nicht wehren Ich bin ja allem wehrlos ausgesetzt kann ich auch wie die pferde einfach ich will da auch hochfahren natürlich kann ich das nicht ich weiß, dass die Mafia ein wirklich gefährliches Ort ist was du sagst? willst du mit meiner kleinen Rebellion? oh, bei der Seite, hast du nichts mit dem Schmuck fallen aus dem Himmel? ja? yikes! sieht aus, dass du viel zu machen hast, was du sagst? sagst du was, komm hier und ich kann dir zeigen, wo ein bisschen von Schmuck landet ich habe ganz vergessen wie gut die stimmen sind leider die mafiata und stimmen sind denn er doch zähl ich kann doch gar nichts ach so das zeigt mir den weg kann ich bitte nicht einfach so bewegen ein bisschen unerwartet rebel squad sind wir jetzt schon ja geht mir all den kram ich habe das gefühl das gehen könnte ein bisschen lauter gewisse das hat das fixen ich bin dann extrem laut im gegensatz um ich frage mich hat gab es nicht eine einstellung dass die kamera da na na ich habe gerade was von kamera gesehen da kamera wo ist kamera kamera distanz kamera assistent wenn diese option ist kann das spiel die kamera kontextabhängig steuern ja das war das was mich immer so genervt hat nur schick top-down kamera so fort bildkamera der spiel ging dann okay das ist so gut weil normalerweise ja genau das ist das was mich immer verwirrt hat was steht da in cod wie trust definitiv nicht das waren echt nur drei hits holy fuck okay das ist natürlich immer ein einiges weniger als gedacht okay ich bin dran vorbeigefraut ja ich weiß dass sie genau eins ab alles kaputt wasser alles ist kaputt aber besser und die rumba fährt noch rum alles cool in der gegend der haupthalle wurde wieder hergestellt das kapitel stadt mafia stadt ist jetzt verfügbar es ist eine mikrowelle blampe straffst du böses essen böses essen okay was ist im kühlschrank so definitiv was drin warum liegt dann teddy im kühlschrank ich frage einfach gar nicht spülen spülen verbrannter toast geil ich weiß dass sie überall gimmicks und überhaupt sind aber ich weiß ich nicht mehr wo die waren dafür brauche ich fünf dafür brauche ich gar nichts okay wir starten den boss wir gucken zuerst mal dass wir so durchkommt dass man nichts einsammeln müssen das war schon am einfachsten da muss ich hin okay ich glaube das krieg ich hin glaube ich ich bin ein naturtalent blauer tresor code was steht da deine kochkurs sind schlecht und du bist auch schlecht jetzt lass mich los was für ein mann gerade bitte ein unschuldiges mädchen ja wer soll denn sowas tun da ist noch ein tresor aber das ist der andere ne das ist irgendwelcher kochschitt ok da ist der blaue tresor geht weg allesamt ok eins ist da oben und eins ist da an der seite ok da kommen wir doch erstmal dass sie an der seite an wenn ich sind dann haben wir noch eins die frage ist wo war der rote tresor konnte es nicht hochspringen na doch gott damit manchmal klickt mir die kamera halt echt am arsch ich weiß nicht warum so wo war jetzt das blaue ding ach das hier habe ich noch gar nicht ok da ist ein blauer teil ich komme natürlich nicht hoch ok so da ist drei was ist ja das ist gar richtig ich brauche jede menge von dem zeug ok wo ist das letzte es waren alle give me all of the shit aber ich kann den zweiten jetzt schön und jetzt mal den anderen hut mit dem kontoren sprinten aber wie was ist das also freie kamera wie konnte man denn nochmal sprinten ich weiß dass das hier wechseln ist ok ok quatsch fähigkeiten ist immer hier ok jetzt ist natürlich die frage ich habe eben einen roten eingesammelt wo sind die anderen roten doch eben noch die roten sind wahrscheinlich kreuz und quer über der insel was machst du da auf die leiter zu nehmen ok nicht cool hopp wo was ist hier los hm 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 das ist hier oben da ist irgendwie truhe na aufmachen noch mehr gern wie viel brauche ich denn für das nächste gern äh equipment vier vier männer drei gehen wir jetzt rum und suchen drei Warum kann ich damit irgendwas spielen? Achso, weil du hier stehst. Okay. Ich kann gerade sagen, mit was kann ich hier interagieren? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was ist hier? Ach! Sieh mal einer an. Hier hinten war doch der rote Tresor. Da ist er. Okay. Hier auf, Leuten die Zunge rauszustrengen. Das ist nicht nett. So, wo sind die anderen? Ich meine, da ist eins. Das ist klar. Trefft mich nicht, der Vogel. Danke. Ich dachte schon, der trifft mich. So. Da ist noch eins. Wo ist das letzte? Habe ich eben was für einen anderen Tresor eingesammelt? Mit dir so? See ya. Ich war es nicht. Ich bin vollkommen unentschuldig. Würde ich nie tun sowas. Okay. Ähm. Hopp. Okay, dass ihr das Sprintding schon habt, kriege ich ein normales Garn. I see. Ich hätte gern das Garn da. Okay, mit dir habe ich schon geredet. Das ist okay. Ähm. Ich frage mich halt gerade, ob hier noch irgendwo ein Garn ist, wo ich auf Anhieb hinkomme. Das ist die andere Seite von dem Ding her. Ich will eigentlich noch nur ein Garn. Mal gucken. Wie, wie, wie geht es das erforschen? Faktisch. Wer, wer, wer. Ja. Geh schwimmen. Ist okay. Hopp. Missionen machen ist ja auch langweilig. Vögel töten. Geht immer. Aber ich glaube nicht mal, dass das normale Vögel sind. Normale Vögel rote Augen. Ich wage es zu bezweifeln. Okay. Das ist Kram, wo ich da nicht hinkomme. Kannst den Müll hier keine Ahnung auseinandernehmen. Gott. Ich brauche doch nur ein Garn. So. Step. Step. Da ist eins. Komme ich da hin? Ja, komm ich. Haben wir jetzt nicht genug Garn für das nächste? Nein, mir fehlt immer noch eins. Was? Oh, come on. Oh ja, voll Raytracing. Also eigentlich nicht, weil man sieht mich nicht. Haben wir ja gelernt, ne? Raytracing ist, wenn man sich selber auch sieht. Warum leuchtest du so? Wo, was? Wow, wow. Was, 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 was ist das denn für eine Attacke? Wait a second. Was, da, hab. What? Hi. Oh nein. Der Job ist so schwer, glaube ich dir. Du armer Kackknux. What? Woher kommt das? Woher kommt diese Attacke? Ich bin mir ziemlich sicher, die hat dich... Ich kannte dich noch nicht. Also ich kannte ihn noch nicht. Oh, ist da ein Garn da unten? Ist das da unten ein Garn? Komme ich da irgendwie hin? Hm. Maybe, wenn ich hier hochkletter. Maybe. Okay, das geht. Da ist es. Nein. Wirklich? Okay, dann klettern wir hier hoch. Ich weiß, das geht irgendwie. Oh, nehmen wir mal. Das ist jetzt viel einfacher. Guck. Easy peasy. So. Damit kann ich doch jetzt hier. 1, 2, 3, Crystal. Magic. Hexenhut. Kocher verrückte. Guck. Warten. Kocher verrückt. Nicht mal. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin unzählig heute. Pop. So. Ähm. Pop, pop, pop. Okay. Ich bin aus Garn. Ja. Das ist immer so nervig, dass du wachst, bis das fertig ist. Was passiert, wenn du das hier machst? Irgendwie fehlt hier eine Glocke. Fehlt hier eine Glocke? Weiß es nicht. Egal. So. Wir haben unseren Garnkram hier fertig. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Chip. Geht mal zum On. Ob. Warte mal. Die Option an Movement-Kram, die du hast, ist ridiculous. Ich meine, wir wollen mal diesen Dash. Dann hat ein Doppelsprung. Warte mal. Kann ich quasi Sprung, Dash, Doppelsprung, Cyclone. Kann ich. Interessant. Oh, aber ich kann Cyclone nur aus dem Sprung und nicht aus dem Dash. Aber warte mal. Wofür soll ich dann für die andere Maske warten? Weil da komme ich ja nur so dran, oder? Oh, hey, die Gott da uns erkannt. Ich bin zu weit geflogen. Euer Ernst. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die damals benutzt habe. Oder ist das mit CO2-Deal reingekommen? Okay, das Ding machen wir später. Wir gucken jetzt mal die Objekte dran. Chip. Hi. Hey, Kinder, schau. Mafia kann nicht ein Kindeswirkungen haben, wenn Mafia lehrt. Stare down. Oh, shit. Oh, shit. In der Luft war ein Verfolgungsangriff. Wait a second. Okay, okay. Was habe ich an? Ich bin sehr verwirrt. Lilac Headpiece. I lost it for some Lilac Dragons. Was? What the f... Woher habe ich dieses Lilac-Ding? Oh, mein Gott. Woher habe ich diese Lilac-Ragnattack? Ich meine, ich weiß, woher Lilac ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war Lilac ein Charakter in... Gott, wie war es? Ähm. Sonic-like-Dings-Kürchen. Planet Freedom. War es, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich meine, ich mag die Attacke. Es ist halt nur weird, dass ich das gerade irgendwie machen musste. Ich weiß auch nicht, wo das her ist. Oh, ich bleibe total stillstehen, wenn du irgendwelche Fässer nach mir wirst. Oh, ihr weiter, mein Freund. Na, ich würde niemals den Dingern ausweichen. Never. ich finde es gut dass man nicht seinen eigenen heil hier in die luft mit dem fest von der nachmeldung ist so einfach kommt gibt auf ist dann bestimmt auch na ja nein ich kann springen werde das noch erwartet es ist manchmal wird man manchmal kann ich den erfolg den diesen den hier manchmal geht er nicht ein bisschen wird die frage ist wo ist mustage anscheinend nicht da das einsammeln des timepieces ist ein bisschen laut nicht warum erzählen erzähl uns mehr hey you're all right new kid do you have a name nope oh yeah they've been raining from the sky ever since you arrived I've seen the games bring them to their headquarters way up there we should go up there and get your junk it'll be fun I'll take any opportunity that involves messing up the mafia you with me buddy friends wir haben eine freundin oh shit wie kommt ihr hier hoch ist ja nicht so was space ist da draußen ist ein vakuum und überhaupt ich gehe meinen schiff steuern und fick dich oder auch nicht was ist mit dir wir drosseln ist zu nett mädchen was falsch mit dir wir drosseln ist zu nett mädchen was falsch mit dir es klappt es klappt es klappt toll ich habe aber schon alle ich war nicht vorher schon eine killermaschine nö jetzt plötzlich erst kann ich hier wieder irgendwie toll ich habe zwei timepieces von was 40 ich weiß nicht mal wo es viel wo der dlc ist oder irgendwas aber ich glaube da machen wir uns auch noch mal so wir sind ok den habe ich sie kamen aus dem all ich weiß ja ja ich will ich werde wöchle es tut für mich